Ja, moin auch, Tag, Tag, Tag. Es ist Mittwoch, der 9.8. hier und ich möchte heute noch mal ganz klar auf eine Sache hinweisen, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und zwar seit 100 Tagen sitzt Messale Tolu in der Türkei ebenfalls ein Haft. Es wird sehr viel Bromborium gemacht um Dennis Yüksel. Das ist auch berechtigt, dass da relativ viel Bromborium gemacht wird. Man hat so langsam das aber das Gefühl, dass gerade Frau Tolu hier komplett hinten runterfällt. Insbesondere offizielle Äußerungen, was die Bundesregierung zum Beispiel angeht. Also zum Beispiel Wolfgang Schäuble hat tatsächlich Finanzhilfen für die Türkei aufgrund der Inhaftierung von Fern Yüksel infrage gestellt. Bei Frau Tolu war das kein Thema. Ja, und Herr Gabriel als Bundesaußenminister hat überhaupt erst angefangen von Frau Tolu zu sprechen, nachdem auch Peter Steutner in der Türkei verhaftet wurde. Und in seiner Ansprache dazu sagt Herr Gabriel, die Fälle von Peter Steutner, Dennis Yüksel und Messale Tolu stehen beispielhaft für die abwegigen Vorwürfe von Terrorpropaganda, die offensichtlich dazu dienen, jede kritische Stimme zum Schweigen zu bringen, deren man habhaft werden kann, auch aus Deutschland. Der Fall Peter Steutner zeigt, dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind. Okay? Selbstverständlich ist es so, dass Peter Steutner Deutscher ist. Aber ebenso ist es Messale Tolu. Und im Gegensatz zu Dennis Yüksel, der beide Staatsbürgerschaften hat sowohl einen türkischen Pass als auch einen deutschen Pass. Yüksel ist tatsächlich in Flörsheim am Main auch geboren, also ist das eigentlich, ja natürlich ist er ein Deutscher. Aber er hat sowohl die türkische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Messale Tolu hat tatsächlich, die in Ulm geboren wurde, die türkische Staatsbürgerschaft zurückgegeben. Sie ist rein deutsche. Er hat nur noch die rein deutsche Staatsbürgerschaft. Wie gesagt, ist auch in Ulm geboren und wurde tatsächlich Ende 2017 verhaftet. Den Behörden wurde das erst Anfang Juni überhaupt erst mitgeteilt. Und jetzt sitzt sie seit 100 Tagen in Haft. Es ist jetzt die Anklageschrift verlesen worden. Es drohen Frau Tolu jetzt 15 Jahre Gefängnisstrafe. Und der Protest soll am 11. Oktober beginnen. Mit im Gefängnis sitzt ihr zweijähriger Person, der im Gefängnis keinerlei Möglichkeiten hat, irgendwo praktisch eine Art Kinderecke zu haben. Sondern er ist die ganze Zeit bei ihr mit in den Zellen. Sie ist auch nicht alleine da. In ihrer Zelle befinden sich tatsächlich 24 weitere Frauen, ebenfalls mit Kindern. Ja. Hier geht es mir nicht darum, die eine gegen den anderen auszuspielen und so weiter. Ich wundere mich trotzdem natürlich, dass jemand, der noch nicht mal sowohl deutsch- und türkische Staatsbürgerschaft hat, so viel mehr Aufmerksamkeit auch innerhalb der Presse bekommt, als jemand, der die türkische Staatsbürgerschaft sogar zurückgegeben hat, aber eben nicht für die Springerpresse arbeitet. Ich glaube, das ist einer der großen Punkte hier. Natürlich ist auch Herr Yüksel deutlich, deutlich prominenter, deutlich halt natürlich auch charismatischer. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Aber ebenso wie Herr Yüksel, der eben halt auch tatsächlich gerade auch die Presse auf seiner Seite hat, erwarte ich doch wohl von unserer Bundesregierung, dass sie eine deutsche Staatsbürger eben nicht einfach so unter ferner Liefen laufen lässt und dann erst sie überhaupt erst nennt, als dann tatsächlich ein männlicher deutscher Staatsbürger in Gefangenenhaft gesetzt wurde innerhalb der Türkei. Übrigens, die Anklage von Frau Yüksel, ich sage schon Frau Yüksel, Entschuldigung, für Frau Yüksel ist im Grunde genommen gleichbereitend, als wenn ein Journalist tatsächlich bei einer Demonstration, also nun als bei der Tagesspiegel sagt zum Beispiel, übertragen auf Deutschland wäre, würde das die Verhaftung auch von Tagesspiegel-Kollegen bedeuten, wenn sie im Januar über die Demonstration der linken und versprengten Alt-DDRler zu Ehren von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg berichten. Das wirft man im Grunde genommen übersetzt und versetzt nach Deutschland Missale Tulu vor, was sie darüber berichtet hat. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Grund, warum unsere Bundesregierung da nicht so sehr weit hinterher ist, da so sehr viel Buhay drum zu machen. Warum? Tatsächlich arbeitete sie sowohl als Journalistin als auch Übersetzerin und es gibt ein bisschen widersprüchliche Aussagen, ob sie schon seit zwei Jahren in der Türkei lebt oder eben immer mal wieder in die Türkei gereist ist. Diesmal die Stuttgarter Zeitung und die typische Zeitung, die sagen, sie hatte sich bis davor dann vor ihrer Verhaftung drei Monate lang im Land aufgehalten. Ansonsten lebt sie eigentlich in Neu-Ulm und sie arbeitet für den privaten Sand oder hat bis 2000 oder seit 2014 für den privaten Radiosender, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Özgür Radio gearbeitet, der allerdings nach dem Putschversuch 2016 geschlossen wurde. Und sie hat tatsächlich dann halt auch für Nachrichtenagenturen gearbeitet, insbesondere eben dann halt auch für linke Nachrichtenagenturen. Das kommt bei der Bundesregierung insbesondere bei Leuten wie Herrn Schäuble nicht so besonders gut an. Na gut. Trotzdem wünschte ich mir, dass es deutlich mehr Aufmerksamkeit auch für Frau Tolo geben würde. Was nicht heißt, dass die Aufmerksamkeit für Herrn Jüxel nicht gerechtfertigt ist. Ich bitte nur oder ich hoffe, dass es auch für Frau Tolo mehr Aufmerksamkeit gibt. Nicht nur für Herrn Steudner und nicht nur für Herrn Jüxel, sondern eben auch für Frau Tolo. Ja, wie gesagt, seit 100 Tagen sitzt sie jetzt in Haft. Sie hat einen, tatsächlich jetzt endlich mal auch eine Verlautbarung herausgeben dürfen, die von dem in Berlin ansässigen Solidaritätskreis Freiheit für Miss Salatullo verbreitet wurde. Daran heißt es, Sie erhalte Solidaritätsbriefe aus vielen Ländern Europas und sogar Japan und Kanada. Wörtlich, euer Wille und eure Kraft geben mir Kraft und Hoffnung. Es gibt hunderte Frauen, die mit ihren Kindern inhaftiert sind. Wir sind nicht die einzigen und auch mit ihnen müssen wir uns solidarisch zeigen. Ich glaube daran, dass es bald sonnigere Tage für uns geben wird. Das hoffe ich auch, selbstverständlich. Ich werde sie jedenfalls nicht hinten runterfallen lassen, sondern sie wird genauso wie Herr Steudner und genauso wie Herr Jüxel in meinen Überlegungen auch eine Rolle spielen. Ich kann tatsächlich einfach nur sagen, Freiheit für Frau Tolo, Freiheit für Tennis Jüxel und Freiheit für Herrn Steudner.